Und der letzte Episode von Wayman 2 Das gefangenen Sklavenschiff, äh, das gefangenen Sklaven an Bord, 514263 Und was jetzt? Ähm, ja, er hat die, ähm, dritte Maske gefolgt Aber das ist nicht möglich! Mein Fuß, ähm, tut mir selbst! Ähm, ich sollte halt die vierte Maske wenden, ich mach's nicht kalt! Hi, bald! Wieso wird mir kalt? Ah, weil er gesagt hat, er macht mich kalt! Hih, da wird mir dann ganz schön ausgeschissen So, kurz mal hier Lage gecheckt Die Checke gelaget Okay, das ist ein Riesenstufbrat, das ist ein Lumin Nein, das ist Feuer Kannst du mich umbringen? Töte mich! Nein! Lass doch mal los jetzt! Mensch! Sag mal! Nein! Verdammte Scheiße! Als diese Niese Clark wurde hier festgenommen, bevor er zur Technik-Kontrolle gebracht wurde Diese Information kostet dich 5 Dollar Ich find die Mucke nice! Ich find die Mucke nice! Oh! Wer weiß! Oh, das Tor im Hintergrund ist aufgegangen, als ich den Knopf gedrückt habe! Das war eine Überraschung für mich! Moment mal! Ist das eklig! Ich wollte testen, ob das hier Damage macht! Echt jetzt? Hat das gerade Damage gemacht? Ah, wie fies! Alter, die haupt mir! Stirb! Oh mein Gott! Fokus! Ah! Ah! Nein! Du bist böse! Und ich mag dich nicht! Und du hast Haare auf den Beinen! So ich nicht! Und ich hab keine Beine! Puh! Oh! Warum bleibt die Musik so? Kommt noch eine? Na scheiße! Ah! Besser! Was ist mit der Mucke? Wie? Äh! Äh! Ich wollte ihn schon bekämpfen, aber da hab ich gemerkt! Da klingen die eklig! Kann man so eine Maske von der Wand holen? Warte, kann ich wieder fliegen? Ja? Na was? Wieso nicht? Oh! 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 Dann kann man fliegen! Ist das geil! Jetzt mal ernst! Ich schätze mal, wenn man runter geht, geht es weiter. Deswegen gehe ich gleich den anderen Weg lang und... Moment mal! Vielleicht geht es auch nicht weiter! Das könnte sein... Ja, da geht es nicht weiter und geht es weiter! Und er wird... Warte mal. Ahh! Du kacke!!! Warum tut dieser� Sigurd sie, ff? Willst du mich eigentlich toll最wellen? der der Fokus die nicht also macht so also ZZ also ZZ währenddessen irgendwo in nirgendwo ein Knopf wurde gedrückt und etwas ist gedrückt wegen diesem Scheiß Knopf habe ich den Fokus auf das Vieh was? Zellenwiederherstellung funktioniert ja hätte ich auch gerne so wenn man stirbt einfach nochmal spawnen oh mein Gott deine Unverwundbarkeit liegen wir auf dem Sarg was zum ok jetzt spawnen scheinbar unendlich von den Arschlöchern haha ihr könnt nicht klettern obwohl ihr die Netze gemacht habt scheiße wa? ok das ist jetzt echt ein Fell oder? was den hier geträumt dann gehts doch schon weiter oh mein Gott jetzt ob ich darauf reinfallen würde auf so einen langen Trick so ein 2D Moment mal Moment mal ich hab ja diesen Knopf gedrückt das ist irgendwo das war aber nicht hier scheinbar oder? na ich will zwar was finden selbst wenn es ist voll vain eigentlich ja ok ich hab irgendwo was gemacht aber es war wohl hier genau ok das heißt wenn ich hier lang gehe gehts auch nicht weiter doch ich will nicht weiter kommen sondern ok gehts nicht weiter dann mach ich das wow da hätte wir aber fast jemand in die Nase gewissen weil das sieht gar nicht gut aus was ist mit Carsten los Carsten hier nimm mal einen Schuss an der G ich hab getan und ich konnte das ist ein Fliethof sie stört Fliet wenn sie keinen Blumenkissen dann verschwindet sie was soll das hier und was soll das hier also das hier alles jetzt quasi also fehlt mir noch ein knöpfe also musste ich das machen also ist alles in ordnung what the fuck ja kuselige arme ich weiß die 2d piranhas die mütze beißen was soll das hier muss ja noch ein knopf drücken scheinbar wie komme ich da hin laufende nase besser so jedes jahr das genau das heißt jetzt mal mehr als ich da hinkommen habe ich was verpasst was los du hast ja hier tatsache okay und kommen wieder 2d piranha zwei augen und einer hand mehr braucht man doch nicht zum leben man kann bauten und er wird schon so und jetzt so das klingt wie es ekelig schnauze der kam ja voll eklig an der bastard um ein gottes an das ist die erste spinne die klettern kann glaube ich oh my goodness das macht natürlich nur sinn dass wenn man einen knopf drückt das so ein öl fast sich vom boden lockert weil da bestimmt jemand sich die mühe gemacht und kabel halt verlegt von diesen drei knöpfen die man platziert hat zu den ölfässern damit wenn halt jemand hier ankommt und da lang will und die vierte maske finden und dass die bösen halt singen will dass man dann halt die höhle fässer heben kann das jetzt doch auch gemacht die gefälschen zwei debi die sind nicht das problem wenn du bist oh mein zu den lächel knochen schwimmen auf dem wasser das weiß jeder der in der zweiten klasse war ich habe eins von sechs sein wieder geht das level noch eine stunde oder ich habe einen raum mit ganz viel shit verpasst ich tippe auf das erste mal ja und ms ok das war ob wir es kurz gesagt weil ich wissen ja gut dann weiß es jetzt nein du bleibst ich sehe nicht so das sollte reichen bei bei 9 9 die die sommer die von alleine wenn man die also nicht treffen so was das was eigentlich ist kostenlosen und das ist aus dem Schuss in den Verhältnissen so hat man das muss kommen was sagt zum Schiff hier oh mein gott noch wie viel zeit man da hat so geht es hier um einen scheiß wieder ja ich habe schon verstanden genau der fette rayman ohne armen ohne bene macht das kaputt also verstanden man lernt ja nie aus so viel überraschungen für seinen kleinen mann aber wie schon gesagt für die mucke cool ach so mein gott nein ich habe die schosen von fässern jetzt mal werden ok wie ging das noch mal ja ich glaube so muss ich jetzt ich muss jetzt nicht wieder fliegen bitte oder das ist doch jetzt also das nähe also damit habe ich es jetzt nicht nur mit diesen scheiß dingern hier wie ging das noch mal ich habe keine ahnung genauso jetzt mal mehr als wie ging das mate muss ich nicht wenigstens wieder eingefallen so als ob ich darauf weitergehen würde wenn da oben ging es ja dann machen wir das so ja die mechanics gut dann geht es ja auch weiter also jetzt würde ich mich wirklich mal fragen welcher von den wegen ist das für die käfige welcher davon ist jetzt zum weiterkommen ich versuche es ja die schnauze ich würde kennen jetzt mal speichern einfach und dann mal gucken also auf dem weg habe ich du hast was woher ich weiß jetzt wirklich nicht ich glaube ich nehme doch noch mal den anderen weg ich gucke mir das einfach mal an beide wege glaube ich oh mein gott endlich getroffen das geht gar nicht gibt es echt zwei wege ich nehme jetzt den hier ich weiß es nicht ich weiß nicht was ihr von der situation hier haltet mit diesem ich weiß nicht was soll das ich fest war ich nehme jetzt einfach den weg keine ahnung ach die scheiße das könnte zu früh gewesen sein mein gott man hat ja ich zu viel zeit das ist ja sechs jährige moment mal ich bin sechs was was fehlt mir doch nicht ein fass moment mal ich will die leben behalten da wurde ich doch verarscht um glatten zentimeter du verarscht mich du hier du hast die dummlinge was läuft hier falsch kann die johmester die menge was ist das was 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 moment mal was sollen wir machen warte ich tue mal habe ich verkackt oder was kommt auch nicht zurück kommt vielleicht ein neues von hinten was okay ich werde jetzt leichter okay es geht nicht weiter moment mal kann man das fast vielleicht steuern wenn man irgendwo nein auch nicht hier muss doch was schief gehen was mein gott hat das jemand gesehen ich glaube es ist jetzt weiter geschwommen normal dann liegt das am scheiß spiel oder was also hier ist so moment mal ja du kannst die kamera drehen wenn ich das sagen passert ich krieg ein aus raster und dann passiert das cool das fass hat sich in die wand ich kann es nicht nachvollziehen wenn ich den knopf drücke dann bleibt es so oder wie hat das was damit zu tun das ist einfach absolut verpackt okay ich glaube dass ich das level nicht schaffen kann ladies and gentlemen und dieser fixerin nicht gleich die kamera trägt ja das ist also okay total verpackt ich kann das spielen nicht fertig spielen das tut mir leid aber wenn er sich richtig scheiß kamera dreht vielleicht kann ich da hinten das ist doch nicht das ist doch was sollen so was beim ernst das ist wieder viel zu fast womit hat das zusammenhang dass das fast parkt okay wenn du schießen doch nicht aber wenn ich schieße dann ist es ja zu früh ja okay und jetzt so ihren vorschlag ich verstehe es nicht ich verstehe es nicht ne was denn okay ich kann jetzt also hier kann ich jetzt wirklich ne jetzt sagt mir doch mal einer bitte wie ich durchspielen soll jetzt mal ehrlich also das kann ich beenden das kurscheißer an hier ich meine natürlich ich weiß nicht was ich machen soll ich weiß es echt nicht damit die scheiß hier nicht packt keine ahnung ja wenn ich den knopf drücke dann geht es weiter aber dann bin ich ja hier zu früh für die scheiße also nicht mal dann jetzt nein doch okay soll ich jetzt vielleicht noch mal speichern und hier was probieren vor den laser zu kommen ja genau so und dann halt zu landen dann komme ich ja weiter kleben jetzt wieder aufs zu früh zu früh zu viel ich komm mit meiner die okay das war zu früh aber ich kann man auch 入aten für mich ok b b Jetzt muss es fassen. Nein. Ich glaube aber, das ist möglich. Sag mal. Was? Aber ich habe es geschafft. Ganz gut. Das mit der Kamera, das macht mich eigentlich am aggressivsten. Weil du siehst einen Dreck von der Scheiß hier. Man sieht einen Dreck. Einen Verfilm. Jetzt habe ich es ganz geschafft. Jetzt kann ich nicht mehr. What the? Ähm. Einen Moment bitte. Ähm. Bin wieder da. Ich konnte nicht mehr laden. Oh, 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 ah, 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 ah. Klang sehr human, ich weiß. Aber ey, ich habe ein gebacktes Spiel. Dings. Hier. Bisschen Applaus. Meine Fresse. Das geht ein bisschen auf den Puls hier. So, weiter geht's. Okay, ich werde beschossen. Und so ein Wichser, der denkt, der könnte... Du kannst nicht, Brudi. Du hast kein... Aim. Muss ich mich eigentlich wehren? Ich glaub nicht. Das ist nicht nötig. Der trifft ja auch nicht mal so. So, hast du... Einfach mal die Faustball, Möhmanns. Hat man günstig ja... Wer schreit denn hier? Oh, den hab ich fast zurückbekommen. Ich hab ein Feilchen. Brauch mal den, du Buster. So, warte mal. Ich kann nie wieder... Ah, safe. Oh mein Gott. Habt ihr gesehen? Ich hatte genug Leben, aber ich war tot. Ey, Brudi. Heule. Ah! Wieso? Okay, okay, okay. Jetzt hab ich ne bessere Situation. So, jetzt safe ich mal hier. Er ist schneller. Der Motherfucker ist... Der prediktet einfach mal, wo man hinläuft. Heilige... Oh mein Gott. Oh, 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 oh. Oh, die Dodges. Uh. Riesp. Ah. Okay, das war... Ah, lalala. Haha. Ich bin so manly. What the fuck, Lee, du. Dieses scheiß Headset rutscht auch noch eins. Oh, und fast. Na, dann grab ich mir doch mal, wa? Ey. Na, ich weiß noch, was ich machen muss. Hm. 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 Warte mal, den Dreck hier. Dusch. Warte. Du Unfähige auf den Dreck. Das ist immer safe. Das geht nicht auf die Nerven. Nein, gar nicht. Überhaupt nicht. Das ist die einzige Aufmacht. Stopp. Bevor ich irgendwas tue. Das ist immer safe. Hm. Warte, ging es da weiter? Ja, perfekt. Mein Gott, egal was. Was? Schau mich, wie kann man denn dreimal? Äh, heh. Ich hätte mich auch, ich will bei diesen Spielen, bei Sociedition immer halt die Sachen sammeln und ich hätte mich immer den Weg, wo es wirklich weitergeht. Das ist zum Kotzen. Au. Jetzt speichere ich hier, damit nicht noch mehr Zeit drauf geht. Okay, dann eben. Von hier vielleicht. Was scheiße. Cool, das reicht. So, jetzt gehe ich da hoch. Und fuck mich dran ab. Immer wieder ein Lacher wert. So, Freunde. Dann vielen Dank fürs Zusehen. Ein bisschen überzogen wegen dieser Scheiße. Und wer Lust hat, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.